Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der Campus News, euer Newsportal rund um die Hochschule und Göppingen. Ich bin Matteo und ich bin Adam. Kommen wir zu unserer ersten Nachricht des Tages. Die Transnet BW veranstaltet ein Innovationswettbewerb für Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter von Hochschulen sowie Mitarbeitende von der Transnet BW. Hier habt ihr die Gelegenheit, Ideen für die Energiewelt der Zukunft und neue Gestaltmodelle zu entwickeln. Diese wird durch Experten und Innovationscoaches unterstützt. Mit insgesamt drei Workshops, drei Remote-Arbeitsphasen und einem Pitch Day findet der Innovationswettbewerb vom 13.9. bis zum 27.10. am Innovationscampus NextLab in Wendlingen am Neckern statt. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 31. Mai, daher schnell sein, wenn ihr dabei sein wollt. Mehr Infos gibt es in der Videobeschreibung. Freunde des Handballs dürfen sich im Juni auf zwei hochspannende Spiele freuen. Am Sonntag, den 4.6. empfängt unser Frischauf Göppingen die Füchse Berlin. Direkt eine Woche drauf, am 11.6. kommt der THW Kiel zu uns in die IWS Arena. Sichert euch eure Tickets über die Links in der Infobox. Am 13.6. findet eine Infoveranstaltung über die Finanzierung eures Praxissemesters oder eurer Abschlussarbeit im Ausland statt. Im Rahmen der Präsentation werdet ihr über die Finanzierungsmöglichkeiten eures Auslandsaufenthalts informiert. Dort könnt ihr euch einen kurzen Überblick über die verschiedenen Anlaufstellen zum Thema Praktikum an der Hochschule Esslingen verschaffen. WebEx-Link wie gewohnt in der Infobox. Wie ihr bereits wisst, sind ab heute vorlesungsfreie Tage an der Hochschule. Nutzt die Zeit effektiv und ruht euch aus, um euch auf die kommenden Prüfungen vorzubereiten. Das war's auch wieder mit der Folge. Schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt, what the fuck is happening.